Wir brauchen das nicht produzieren oder künstlich herstellen. Wir haben Gewinnertypen im Team, sie würden fokussiert sein, wenn es darauf ankommt. Von daher geht es nur in den nächsten Wochen darum, dass wir sie wieder verstärkt daran erinnern, wofür wir die ganze Arbeit gemacht haben und was wir bisher bisher durchgemacht haben. Es gibt Spieler, die einfach nur ihre feste Zeit haben wollen. Die sagen, ich will genau 90 Minuten vorm Spiel. Dann gibt es andere, die sagen, ich will auf jeden Fall der Erste sein oder spätestens der Zweite. Es gibt welche, ach du, ich will eigentlich immer erst ganz am Schluss. Neues Spiel, neues Glück, das müssen wir neu verdienen. Musik 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 Musik